Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch Tipps, wo ihr das Beatboot holen könnt. Auf meinem Kanal natürlich. Andere Leute können das Video auch machen, aber ich dachte mir, ich mache es auch. Und hier kann man was hier unten finden, natürlich. Hier ist die Map und das ist natürlich hier unten. Wie ihr alle wisst, dahin gehen wir. Aber ich würde euch empfehlen, geht morgens oder mittags dahin, weil ich glaube, abends gibt es das Boot nicht mehr. Und deswegen Boot ist mittags. Ihr denkt euch, ich habe jetzt keinen Tocheranzug. Wie ist das jetzt möglich, einen Tocheranzug zu bekommen? Ihr springt einfach aus dem Wasser raus und dann habt ihr schon einen Tocheranzug natürlich. Und dann steigt ihr wieder ins Boot ein. Habt aber immer noch den Tocheranzug also. Und das Geile ist auch noch, man kann auch mit den Waffen dann ballern, wenn man die Eck drückt. Und das war es auch natürlich mit den Tipps und Tricks Videos. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, guckt dieses Video bis zum Ende. Und schreibt in den Kommentaren, ob ich mehr Videos machen soll oder einfach nur ein Video mit Minecraft oder Fußball.